Guten Abend allerseits. Ich begrüße euch hier im Eberbad. Ich freue mich riesig, dass ihr gekommen seid. Kran war das letzte Mal 1970 in Oberhausen. Und irgendwann habe ich gedacht, komm, holen Sie nochmal. Und wir haben uns dann gedacht, da machen wir auch im Vorprogramm etwas, und zwar eine größtenteils aus Oberhausen, der Musiker bestehende Formation. Ich möchte dann auch vorstellen, aus Oberhausen, den Stromgitarristen Michael Dilley. Aus Köln, der Mann am Doppelrohr, Axel Petri. Und die Formation heißt Jaro, weil der Mann am Schlagzeug und an den Tasten der Achim Jaro-Scheck aus Oberhausen ist. Nach dem Beitrag von Jaro machen wir eine kurze Umbaupause, und dann geht es dann weiter mit den Kranichen. Vielen Dank fürs Kommen, gute Unterhaltung. Oberhausen grüßt den Rest der Welt. Dankeschön. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.